Oliver Cromwell, 1599 bis 1658. An einem kalten Januartag des Jahres 1649 haben sich die Bürger Londons vor Whitehall versammelt. Das Schafott steht bereit. Ein letztes Mal wetzt der Schafrichter die Klinge seines Schwertes. Der englische König Karl I. versucht Haltung zu bewahren. Drei Tage zuvor hat ihn ein vom Parlament eingesetztes Tribunal zum Tode verurteilt. Es sah den Vorwurf der Tyrannei als erwiesen an. Da setzt der Schafrichter zum Hieb an und vollstreckt das Urteil des Volkes. Der Bürgerkrieg zwischen König und Parlament ist entschieden. Alle Macht liegt nun bei dem Mann, der die Truppen des Parlaments zum Sieg geführt hat. Oliver Cromwell. Die Monarchie ist abgeschafft. England soll fortan Republik sein. Die Realität, so zeigt sich, wird anders aussehen. Cromwell regiert bis zu seinem Tode im Jahre 1658 das Land mit eiserner Hand, ausgestattet mit dem Titel eines Lord Protektors. Die einen sehen in ihm einen machtbesessenen Militärdiktator, anderer aber einen Patrioten, der nach dem Bürgerkrieg England Stabilität zurückgibt und den Weg freimacht für politische Reformen und religiöse Toleranz. Oliver Cromwell wird 1599 in eine Familie von Landbesitzern aus Huntingdon im Osten Englands hineingeboren. Er wird der einzige Sohn von Richard Cromwell und seiner Frau Elizabeth bleiben. Die Familie zählt zum niederen Landadel und hat es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Der Vater nimmt rege am lokalen politischen Geschehen teil und gehört für kurze Zeit sogar einmal dem englischen Parlament an. Die Ausbildung Oliver Cromwells spiegelt die protestantische Gesinnung der Familie wieder. Nach seiner Schullaufbahn besucht er die Universität in Cambridge, genauer gesagt das dortige Sydney Sussex College, wo er erstmals auch mit dem Puritanismus in Berührung kommt. Der junge Landadelige tut sich nicht als besonders fleißiger Student hervor. Eher interessiert er sich für Aktivitäten im Freien, seien es der Sport oder die Jagd. Als sein Vater 1617 überraschend stirbt, verlässt er die Universität bereits nach einem Jahr wieder und übernimmt die Bewirtschaftung des elterlichen Landguts. Cromwell ist da gerade 18 Jahre alt. Zwei Jahre später heiratet er Elizabeth Boucher, die Tochter eines Kaufmanns aus London, die ihm insgesamt neun Kinder schenken wird. Cromwell ist von Haus aus Protestant, aber kein Puritaner. Die Protestanten lehnen zwar das Papsttum der katholischen Kirche ab, in ihrer anglikanischen Kirche kennen sie aber nach wie vor das Amt des Bischofs oder des Pastors. Die Puritaner sind im Gegensatz hierzu wahrhaft radikal. Sie suchen das direkte Verhältnis zu Gott, pur und unverfälscht. Kein Klerus, kein Ritus soll zwischen dem Einzelnen und dem Allmächtigen stehen. Doch der Weg zu Gott ist für die frühen Puritaner steinig. Das Gefühl, ein großer Sünder zu sein, stürzt sie in eine Art heilige Verzweiflung, an deren Ende ein Akt der Bekehrung steht. Es ist dies der Moment, in dem der Einzelne von der Gewissheit erfüllt wird, zu den Auserwählten Gottes zu zählen. Als Cromwell seine Erleuchtung erlebt, ist er bereits 28 Jahre alt, seit acht Jahren verheiratet und mehrfacher Vater. Wahrhaftig, so schreibt er später, keine armselige Kreatur hat größere Ursache für Gottes Sache einzutreten als ich. Geheiligt sei sein Name dafür, dass er in ein so dunkles Herz wie das meine geleuchtet hat. Ich war der größte aller Sünder. Ich hasste die Gottseligkeit und doch hatte Gott Erbarmen mit mir. 1628. Im Jahr seiner Bekehrung wird Cromwell als Abgeordneter für Huntington ins englische Parlament gewählt. Sein erster Antrag im Parlament ist religiöser Natur. Er klagt einen anglikanischen Bischof an, der seiner Meinung nach zu milde mit einem verachtenswerten Papistenprediger verfahren sei. Viel Eindruck scheint Cromwell nicht hinterlassen zu haben. Es ist die Rede davon, er sei schlecht gekleidet gewesen und hätte sich nicht gerade durch Beretsamkeit ausgezeichnet. Wie kommt es nun dazu, dass dieser einfache Landadelige, der höchstens durch seinen religiösen Eifer auffällt, der Geschichte Englands eine solche Wendung geben wird? Cromwell wächst in einer Zeit auf, in der die absolute Herrschaft des Königs zunehmend infrage gestellt wird. Noch ist das Parlament in der schwächeren Position. Doch eines gilt bereits im Grundsatz. Keine Steuern, kein Geld für öffentliche Zwecke ohne seine Zustimmung. Als Karl I. im Jahre 1625 den englischen Thron besteigt, lässt er von Anfang an jegliches Geschick im Umgang mit dem Parlament missen. Er ist überzeugt davon, dass er die Abgeordneten nicht braucht und lässt ihnen hochmütig ausrichten. Es hängt von meinem Willen ab, das Parlament einzuberufen oder aufzulösen. Je nach dem Erfolg der Arbeit des Parlaments werde ich deren Fortsetzung zustimmen oder nicht. Diese Worte sind nicht als Drohung anzusehen, denn ich drohe niemals jenen, die mir nicht ebenbürtig sind. Die Quittung für diese arrogante Haltung erhält Karl I. umgehend. England befindet sich in einem kostspieligen Krieg mit Spanien. Der König braucht dringend Geld und ruft deshalb das Parlament zusammen. Dieses bewilligt zwar die Erhebung von Steuern und Zöllen für den Krieg, doch anstatt wie unter Karls Vorgänger pauschal für die ganze Regierungszeit, diesmal nur für ein Jahr. Nachdem sich das Parlament mehrfach seinen Wünschen widersetzt, verzichtet Karl über einen Zeitraum von elf Jahren gänzlich darauf, die Abgeordneten zusammenzurufen. Von 1629 bis 1640 regiert Karl I. als Alleinherrscher. Oliver Cromwell hält sich in jenen Jahren von politischen Themen fern. Als Landbesitzer von bescheidenem Wohlstand leidet er selbst unter der Abgabenlast, die unter Karl I. immer drückender wird. Doch ist es mehr noch die Religion, die ihn in die Opposition zum König treibt. In jenen Jahren toben heftige Debatten über die protestantische Identität zwischen königstreuen Anführern der anglikanischen Staatskirche auf der einen und Sektierern wie den Puritanern auf der anderen Seite. Allerdings, wenn diese Radikalen die Abschaffung des Bischoftums fordern, war dann nicht der nächste logische Schritt die Abschaffung des gottesgnädigen Königtums, fragt sich Karl. Schließlich ist der König zugleich Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Als in Schottland Kämpfer ausbrechen, braucht Karl Geld für den Aufbau eines Heeres. Er sieht keinen anderen Ausweg als das Parlament einzuberufen. Auch Cromwell ist wieder dabei, nunmehr ein erklärter Gegner des Königs. Er unterstützt die zentralen Forderungen der Reformer, allen voran den Triennial Act. Dieses Gesetz schreibt fest, dass der König das Parlament zumindest alle drei Jahre einberufen muss und es ohne seine Zustimmung nicht mehr auflösen kann. Notgedrungen stimmt Karl zu. Denn inzwischen ist auch in Irland ein Aufstand im Gange. Das Parlament ist zwar bereit, die notwendigen Gelder für die Aufstellung einer Armee zu bewilligen, doch eine Frage bleibt ungeklärt. Wer soll die Kontrolle über dieses Heer haben? König oder Parlament? Um Karl I. unter Druck zu setzen, präsentiert im November 1641 John Pym, ein alter politischer Haudegen, der zu jener Zeit die Opposition anführt, eine Liste von mehr als 200 Forderungen an den König. Die sogenannte große Remonstrance listet auch allerhand Verfehlungen Karls auf und enthält wichtige Forderungen der Puritaner nach einer Einschränkung der Macht der Bischöfe. Das Establishment im Parlament ist entsetzt. Die Remonstrance passiert das Unterhaus am Ende denkbar knapp, mit nur elf Stimmen Vorsprung. Cromwell erzählt später, wenn die große Remonstrance abgelehnt worden wäre, bei Gott, ich hätte am nächsten Morgen alles verkauft, was ich besitze, und hätte England nie wieder gesehen. Karl empfindet die Remonstrance, die so viele Rechte von ihm auf das Parlament zu verlagern, trachtet als Provokation. Mit 400 Bewaffneten erscheint der König daraufhin selbst im Unterhaus. Ein unerhörtes Vorgehen. Der Versuch, fünf führende Abgeordnete wegen Hochverrats festzunehmen, scheitert, da die Betreffenden längst aus dem Gebäude geschleust wurden. Die Situation eskaliert. Der König verlässt mit ihm ergebenen Abgeordneten London und beginnt, Truppen auszuheben. Das verbliebene Rumpfparlament beschließt gleichfalls den Aufbau eines Heeres. Der Bürgerkrieg ist nicht mehr aufzuhalten. Damit ist die Stunde des Oliver Cromwell gekommen. Schnell zeigt sich, dass er ein Mann der Tat ist, ausgestattet mit Führungsqualitäten und Organisationstalent. In seiner Heimat Huntingdon baut er ein Kavallerie-Regiment auf. Seht darauf, dass ihr glaubensstarke Männer in die Truppe bekommt, befiehlt er. In den im Oktober 1642 auflammenden Kämpfen mit der königlichen Armee erwerben Cromwells gepanzerte Kavalleristen bald einen hervorragenden Ruf. Voller Respekt sprechen Freund und Feind über die Disziplin und Tapferkeit seiner Old Irons Sights. Cromwell selbst steigt zu einem der wichtigsten Offiziere auf. Dank der Unterstützung schottischer Truppen gelingt 1644 bei Marston Moore ein erster Sieg über das königliche Heer. Doch Cromwell weiß, dass das Parlamentsheer die Armee Karls des Ersten ohne eine radikale Umorganisation nicht entscheidend schlagen kann. Er setzt schließlich durch, eine Armee neuen Zuschnittsaufbauen zu dürfen, die New Model Army. Offiziere sollen künftig nach Leistung ausgewählt werden, die Bezahlung der Truppen direkt durch das Parlament sichergestellt sein. Unter dem Kommando von Sir Thomas Fairfax und Cromwell selbst lassen die Erfolge nicht lange auf sich warten. 1645 erleidet die königliche Armee in Naseby eine vernichtende Niederlage. Im Jahr darauf sind auch die letzten royalistischen Widerstandsnester beseitigt. Der Bürgerkrieg scheint entschieden. Die Parlamentsmehrheit sieht keine Notwendigkeit mehr für den Unterhalt einer Armee und beschließt, das Heer umgehend aufzulösen und die Soldaten ohne nennenswerte Entschädigung nach Hause zu schicken. Cromwell ist entsetzt. Zum einen wegen der als Undankbarkeit empfundenen Knauserigkeit der Parlamentarier, zum anderen sieht er durchaus die Gefahr, dass Karl I. die Schotten auf seine Seite ziehen und die Ordnung von Neuem gefährden könnte. Cromwell widersetzt sich der Auflösung der Armee. In der Folge entwickeln seine Truppen alsbald ein Eigenleben, das auch er nicht immer unter Kontrolle halten kann. Einige seiner Offiziere setzen Karl I. fest und bringen ihn nach London. Gleichzeitig bilden die Soldaten eine Art Militärparlament, das weitreichende Forderungen stellt, wie zum Beispiel die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Für den Landbesitzer Cromwell eine ungeheuerliche Forderung. Dass auch Männer, die kein anderes Interesse auf Erden haben, als zu atmen eine Stimme haben sollen, für ihn ist das pure Anarchie. Im Verlauf des Jahres 1647 versucht Cromwell, die widerstrebenden Interessen von Parlament, Armee und Krone zusammenzubringen. Kurzzeitig scheint die Einigung über eine neue Verfassung zum Greifen nahe. Doch da flieht Karl I. aus seinem Londoner Haus Arrest auf die Insel White. In einem Geheimvertrag hat er sich inzwischen die Unterstützung des schottischen Heeres gesichert. Ein zweiter Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Cromwell greift nun durch. Er verbannt alle Abgeordneten, die zur Glaubensrichtung der Presbyterianer zählen, wegen ihrer Sympathien für die Schotten aus dem Parlament. Als die royalistische Rebellion in England und Wales losbricht, bevor sich die schottischen Truppen in Marsch gesetzt haben, ist das Schicksal König Karls besiegelt. Nach kurzer Zeit ist er besiegt und wird erneut gefangen genommen. Cromwells Soldaten fordern den Tod des Königs. Dieser zögert zunächst, stimmt dann aber der Einrichtung eines 135-köpfigen Tribunals zu, das Karl schließlich zum Tode verurteilt und hinrichten lässt. Am 19. Mai 1649 erklärt Cromwell England zum Commonwealth, zur Republik. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. In Irland verbünden sich Katholiken mit royalistischen Protestanten und proben den Aufstand. Mit 12.000 Mann landet Cromwell in Dublin und geht mit aller Härte vor. Über die Eroberung von Droida, nahe der irischen Hauptstadt, sagt Cromwell selbst, Nachdem wir einmarschiert waren, gewährten wir kein Pardon. Ich glaube, keine 30 sind mit dem Leben davongekommen. Ich bin überzeugt, dies war das gerechte Gottesurteil über die barbarischen Wilden. Diese Worte mögen Cromwell als fanatischen Gotteskrieger erscheinen lassen. Doch der Eindruck trügt. Er war von Natur aus weder grausam noch intolerant. Um seine Soldaten kümmerte er sich vorbildlich. Und auch abweichlerische Offiziere bestrafte er vergleichsweise milde. Im Privaten verhält sich Cromwell nicht so lustfeindlich, wie dies den Puritanern gemeinhin nachgesagt wird. Zeitzeugen berichten, er habe durchaus Tabak geraucht und auch einmal ein Glas Sherry getrunken. Er entspannt sich bei Jagd oder bei Musik. Bei der Hochzeit seiner Tochter erlaubt er sogar das Tanzen. Angesichts der großen militärischen und politischen Herausforderungen ist Cromwell längst zum Pragmatiker geworden. Nicht sein religiöser Eifer leitet ihn nunmehr, sondern allein der Wunsch, dem Land Stabilität zurückzugeben. Dies erklärt auch, wieso Cromwell trotz seiner puritanischen Überzeugungen in Religionsfragen eine überraschend tolerante Politik verfolgt. Sogar für die Katholiken verbessert sich die Situation wieder. Doch seine Versuche, eine funktionierende Verfassung zu installieren, werden scheitern. England driftet seit der Hinrichtung des Königs unaufhaltsam in Richtung einer autoritären Militärherrschaft. Alle Macht liegt bei Cromwell, dem Oberbefehlshaber der Armee. 1653 hat das lange Parlament, zuletzt vor 13 Jahren gewählt, jegliche Legitimation eingebüßt. Alle Abgeordneten, denen Sympathien für den König nachgesagt wurden, sind längst vertrieben und durch Sektierer oder Offiziere ersetzt. Als sich die Abgeordneten Cromwells Wunsch nach Auflösung widersetzen, ist es diesmal er, der sie mit Waffengewalt nach Hause schickt. Das nächste Parlament besteht aus 155 ausgewählten Ehrenmännern, in der Mehrheit überzeugte Puritaner. Sie erweisen sich als reformwütige Eiferer und erlassen in kaum fünf Monaten 26 Gesetze, von denen jedes einzelne ein halbes Jahr Beratungszeit benötigt hätte. Cromwell sieht in ihnen einen wild gewordenen Haufen gefährlicher Narren und zwingt das sogenannte Parlament der Heiligen ebenfalls zur Auflösung. Nun ergreifen die Armeeführer die Initiative und verkünden ein Instrument der Regierung, das die oberste Gewalt im Staate einem Lord Protektor überträgt, der zusammen mit einem Staatsrat Gesetze erlassen kann. Ein alle drei Jahre gewähltes Parlament sollte diese dann billigen. Am 15. Dezember 1653 übernimmt Oliver Cromwell das Amt des Lord Protektors auf Lebenszeit. Er ist nun ein König ohne Krone. Als ein neu gewähltes Parlament ihm diese 1657 anträgt, lehnt er sie nach mehrwöchiger Bedenkzeit ab. Ich könnte es bestenfalls mit Zweifeln im Herzen tun. Und was mit Zweifeln getan wird, das wird nicht im Glauben getan. Cromwells Gesundheit ist seit dem Irland-Feldzug angeschlagen. Im August 1658 erkrankt er auch noch dazu an Malaria. Sein Zustand verschlechtert sich rapide. Er stirbt am 3. September. Sein Sohn Richard, den er kurz vor seinem Tode zu seinem Nachfolger bestimmt hat, wird das Amt des Lord Protektors nach wenigen Monaten freiwillig abgeben. 1660, als der Sohn des von Cromwell hingerichteten Karl I. den englischen Thron besteigt, ist die Monarchie schließlich wiederhergestellt. Umgehend lässt der neue König, Karl II., den einbalsamierten Leichnam Cromwells aus Westminster Abbey entfernen, dessen Kopf auf eine Stange spießen und auf dem Dach von Westminster Hall zur Schau stellen. Als was ist Cromwell in Erinnerung geblieben? Als glühender Verfechter des Puritanismus? Schließlich trug er dazu bei, die puritanische Geisteshaltung zu fördern. Ein Einfluss, der in Großbritannien, vor allem aber in den USA bis heute anhält. Als machtbesessener Diktator, der nur niedergerissen, aber nicht aufgebaut hat? Nun, ein Demokrat im modernen Sinne war er sicher nicht, aber ein Tyrann im klassischen Sinne? Wohl kaum. Cromwells größtes Verdienst dürfte gewesen sein, dass dank seiner militärischen Tatkraft die Krone in England nie eine solche absolutistische Machtfülle entfalten konnte, wie dies zur selben Zeit in fast allen europäischen Staaten der Fall war. Cromwell machte den Weg frei für die Errichtung einer konstitutionellen parlamentarischen Monarchie, die England seit mehr als drei Jahrhunderten eine erstaunliche politische Stabilität verleiht, bis auf den heutigen Tag. Isaac Newton, 1642 bis 1727. Im Herbst des Jahres 1665 bricht in London eine Pestepidemie aus. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Auch die Universität im nicht weit entfernten Cambridge wird geschlossen. Die Studenten, darunter der 23 Jahre alte Isaac Newton, müssen die Hochschule verlassen. Newton zieht sich daraufhin auf das elterliche Landgut in Woolthorpe zurück und widmet sich dort weiter seinen Studien der Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie. Oft zieht es ihn dabei ins Freie. Als er wieder einmal grübelnd unter einem Apfelbaum sitzt, fällt ihm ein Apfel auf den Kopf. Da kommt Newton ein Geistesblitz. Dieselbe Schwerkraft, die das Obst vom Baum fallen lässt, zwingt auch den Mond in seine Bahn um die Erde. Voller Eifer macht er sich daran, den Einfluss der Schwerkraft oder Gravitation auf den Lauf der Planeten mathematisch zu beweisen. Dass sich die Begebenheit mit dem Apfel tatsächlich so zugetragen hat, ist eher unwahrscheinlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Newton in den beiden Jahren, als die Universität geschlossen ist, eine Vielzahl bahnbrechender Ideen in den Sinn kommen. In einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne entstehen die Grundkonzeptionen für seine späteren wissenschaftlichen Leistungen auf so verschiedenartigen Feldern wie der Mathematik, der Optik oder der Astronomie. Wissenschaftshistoriker sprechen später voller Anerkennung vom Annus Mirabilis, dem Wunderjahr des Isaac Newton. Und von ihm selbst als einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Am Weihnachtstag des Jahres 1642 erblickt Isaac Newton in dem kleinen Ort Woolthorpe in Lincolnshire das Licht der Welt. Der Säugling ist klein und schwächlich, ein Siebenmonatskind, wie man damals sagt. Der Vater, ein Landwirt, ist bereits vor Newtons Geburt verstorben. Seine Mutter, Hannah, heiratet bald wieder und zieht fort aus Woolthorpe zu ihrem zweiten Mann. Der kleine Isaac bleibt bei der Großmutter zurück. Erst als Newton 16 Jahre alt ist, holt ihn die Mutter auf das väterliche Landgut. Dorthin war sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes mit den Kindern aus dieser Ehe zurückgekehrt. Ihre Hoffnung, dass aus Isaac ein Landwirt werden möge, so wie sein Vater einer war, erfüllt sich nicht. Newton zeigt keinerlei Interesse am Bauern-Dasein. Er besucht die Grundschule im nahegelegenen Grantham und seine Leistungen stechen dem Direktor so ins Auge, dass er darauf drängt, ihm eine Universitätsausbildung zu ermöglichen. In seinem Onkel, William Iscuff, der selbst in Cambridge studiert hatte, findet Newton tatkräftigen Rückhalt in der Familie. Am 5. Juni 1661, da ist er 18 Jahre alt, immatrikuliert er sich am Trinity College in Cambridge, dem berühmtesten College an der berühmtesten Universität Englands. Der junge Newton tritt ein in eine akademische Welt, die nach außen eine fast schon klösterliche Abgeschiedenheit pflegt und zugleich von einem starken inneren Zusammenhalt geprägt ist. Die Studenten wohnen zusammen mit den unverheirateten Professoren, den Fellows, direkt am Campus. Gemeinsame Studien, Mahlzeiten und Aktivitäten bestimmen den Alltag. Newtons wichtigster Lehrer in Cambridge ist der Mathematikprofessor Isaac Barrow. Dieser bemerkenswerte Gelehrte, der nicht nur in der Mathematik, sondern auch als Theologe und Philologe einen großen Namen hat, erkennt Newtons einmalige naturwissenschaftliche Begabung und fördert diese nach Kräften. So befasst sich der junge Student bald intensiv mit den Schriften von Johannes Kepler, René Descartes oder Galileo Galilei. 1665 erreicht Newton einen ersten akademischen Abschluss, den Bachelor of Arts. Während der folgenden Pestjahre führt er, wie schon gesagt, seine Studien eigenständig weiter. »In jenen Tagen stand ich in der Blüte meines Entdeckungsalters und beschäftigte mich mehr als irgendwann mit Mathematik und Philosophie«, äußert er sich später zu dieser Lebensphase. Zu Newtons Zeiten hat sich unter Wissenschaftlern längst die Ansicht durchgesetzt, dass die Planeten und die Erde als einer davon um die Sonne kreisen. Der deutsche Astronom Johannes Kepler hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Bewegung der Himmelskörper genauer erforscht. In den nach ihm benannten keplerschen Gesetzen beschreibt er die elliptische Form der Planetenbahnen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, und die Zeit, die sie für einen Lauf um die Sonne brauchen. Doch welche Kräfte zwingen die Planeten in ihre Bahnen um die Sonne? Diese Frage bleibt weiter ungelöst. Newton erkennt, dass dies die Gravitation sein muss, die Anziehungskraft, die zwei Körper aufeinander ausüben. Und er will den mathematischen Beweis für diese These finden. In seinem Gravitationsgesetz zeigt er schließlich, dass sich aus seinen Berechnungen die keplerschen Gesetze ableiten lassen, zusätzlich berücksichtigen Newtons Gleichungen die Anziehungskräfte der Planeten untereinander, die für Abweichungen von ihren elliptischen Bahnen sorgen. Der letzte Beweis dafür, dass Newton richtig liegt, gelingt rund 200 Jahre später, 1846. Die Umlaufbahn des nicht lange zuvor entdeckten Uranus weist beträchtliche Auffälligkeiten auf. Der ferne Planet zieht auf einer rosettenförmigen Bahn um die Sonne. Die Astronomen sind sich sicher, der Grund hierfür kann nur in der Anziehungskraft eines anderen, noch unbekannten Planeten liegen. Dank Newtons Gleichungen können sie dessen Ort rechnerisch relativ genau bestimmen. Systematisch suchen die Himmelskundler das Zielgebiet mit ihren Fernrohren ab und siehe da, nach kürzester Zeit vermeldet die Berliner Sternwarte die Entdeckung eines bis dahin unbekannten Himmelskörpers. Der Planet Neptun ist entdeckt. Wie mit Newtons Gleichungen vorhergesagt. Als die Universität Cambridge im Jahre 1667 nach überstandener Pest-Epidemie ihre Pforten wieder öffnet, geht es mit Newtons akademischer Karriere steil bergauf. Nicht einmal ein Jahr vergeht und er bekommt den Titel eines Master of Arts verliehen. Am 29. Oktober 1669 schließlich folgt er im Alter von nur 26 Jahren seinem Mentor Isaac Barrow auf den Lehrstuhl für Mathematik. Die Pflichten eines Professors beschränkten sich im Cambridge jener Zeit darauf, wöchentlich mindestens eine Vorlesung zu halten und das Lektionsmanuskript in der Universitätsbibliothek zu hinterlegen. Die Studenten scheinen jedoch Newtons genialen Gedanken nicht folgen zu können. Er hat wenige Hörer und noch weniger solche, die ihn verstehen, sodass er manchmal zu den Wänden spricht, berichtet sein Sekretär. Zwar schmerzen Newton diese pädagogischen Misserfolge, doch seinem Selbstbewusstsein und seiner Überzeugung vom eigenen Genie tut dies keinen Abbruch. Newton forscht in Cambridge nicht nur auf dem Gebiet der theoretischen Physik, das er überhaupt erst schafft, sondern führt auch auf dem Feld der Optik umfangreiche Studien durch. So erforscht er unter anderem die Zusammensetzung des Lichts aus den Spektralfarben. Auch konstruiert er das erste Spiegelteleskop und nicht zuletzt vergräbt sich Newton in chemische Experimente, wobei er hier allerdings nur geringe Spuren in der Wissenschaft hinterlassen wird. Bald erfährt er auch eine weitere Ehrung. Die Universität entsendet ihn als ihren Vertreter ins englische Parlament. Dort soll er sich jedoch nur einmal zu Wort gemeldet haben, mit der Bitte, das Fenster zu schließen. Angesichts seines extremen Arbeitspensums und seiner introvertierten Art verwundert es nicht, dass Newton nur wenige Freundschaften eingeht und pflegt und dass er zeitlebens Junggeselle bleibt. Die Freundschaft zu einem aus Italien stammenden Chemieprofessor beendet der als humorlos bekannte Newton abrupt, als dieser ihm einen unpassenden Nonnenwitz erzählt. Newton gilt als zerstreut und bescheiden. Jedoch reagiert er scharf auf Kritik an seinen wissenschaftlichen Leistungen. Über 30 Jahre wird Newton mit anderen Forschern in sogenannte Prioritätsstreitigkeiten verwickelt sein, Auseinandersetzungen darüber, wem die Ehre gebührt, als erster bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse formuliert zu haben. Trotz vergleichsweise weniger Publikationen und seiner Kontaktarmut ist Newton bereits zu Lebzeiten in der wissenschaftlichen Welt allgemein anerkannt. 1671 wird er zum Mitglied der Royal Society gewählt. Die elf Jahre zuvor in London gegründete Gesellschaft hat sich der Förderung der wissenschaftlichen Forschung, vor allem der Mathematik und der Naturwissenschaften, verschrieben. Die Mitglieder, allesamt Koryphäen auf ihrem Gebiet, tauschen sich intensiv über ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus und stehen teilweise in harter Konkurrenz zueinander. Ende des 17. Jahrhunderts ist Newton nicht der einzige, der sich Gedanken über die Gravitation macht. Eine stattliche Zahl von Physikern und Mathematikern bemüht sich um die Lösung des Problems. Im Jahre 1674 formuliert auch der englische Naturforscher Robert Hooke seine Gedanken zu den Anziehungskräften, die mit denen Newtons weitgehend deckungsgleich sind. Einen mathematischen Beweis kann er jedoch nicht führen. Newton hat sein Gravitationsgesetz nicht nur einige Jahre vor Hooke erarbeitet, sondern allein ihm ist es gelungen, seine Thesen mit mathematischen Gleichungen zu unterfüttern. Veröffentlicht hat Newton seine Erkenntnisse damals aber noch nicht. Hooke fühlt sich im Recht und fordert von Newton das Eingeständnis, er, Hooke, habe die Gravitationsgesetze entdeckt, während Newton darauf aufbauend lediglich die mathematischen Gleichungen aufgestellt habe. In Hookes Augen eine reine Fleißaufgabe. Der große Newton, nur ein Plagiator und Rechengehilfe? In scharfer Form setzt sich Newton zur Wehr. Hooke hat nichts getan und dennoch geschrieben, als ob er alles gewusst und ausreichend angedeutet hätte, bis auf das, was durch die Schufterei von Berechnungen und Beobachtungen noch zu bestimmen blieb. Von dieser Mühe entschuldigt er sich aufgrund einer anderen Tätigkeit, während er sich lieber aufgrund seiner Unfähigkeit hätte entschuldigen sollen. Die Royal Society schaltet sich in den Streit ein und schickt den Astronomen und Mathematiker Edmund Halley, Entdecker und Namensgeber des später nach ihm benannten Halley'schen Kometen, zu Newton nach Cambridge. Als das zerstreute Genie seine Aufzeichnungen zur Gravitation endlich in einem Wust von Papieren findet, ist Halley so beeindruckt, dass er Newton drängt, seine Erkenntnisse in Buchform zu bringen und endlich zu veröffentlichen. Dieser stürzt sich sogleich in die Arbeit und vergisst alles andere um sich herum. Newton schien kaum noch ein menschliches Wesen zu sein, berichtet sein Sekretär. Zu den Mahlzeiten begab er sich selten in den Speisesaal und ging er einmal hin, dann achtlos in heruntergetretenen Schuhen, hängenden Strümpfen und ungekämmtem Haar. Er gestattete sich keine Erholung oder Pause. Jede Stunde hielt er für verloren, die nicht dem Studium gewidmet war. Im September 1687 erscheint endlich Newtons Hauptwerk, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, auf Deutsch mathematische Prinzipien der Naturlehre. In den Augen vieler Experten handelt es sich um das bedeutendste naturwissenschaftliche Werk aller Zeiten. Bildet es doch die Basis der modernen Physik und Astronomie. Bedenkt man, dass zur Zeit der Abfassung die Datenlage über die Planetenbewegung lückenhaft und die mathematischen Rechentechniken unzulänglich waren, dann sticht die Bedeutung erst recht hervor. Newton unterteilt seine Prinzipien in drei Bücher. In den ersten beiden entwickelt er die Grundprinzipien der Mechanik und Dynamik, während das dritte die Anwendung dieser Bewegungsprinzipien auf das gesamte Weltsystem beschreibt. Die Anstrengungen, die mit der Abfassung seines Hauptwerks verbunden waren, hinterlassen ihre Spuren, auch in Newtons Gesundheit. 1693 geht das Gerücht um, der damals 50-Jährige habe einen Zusammenbruch erlitten und sei geistig verwirrt. Newton vermutet überall Anschläge gegen sich. Seinen wenigen verbliebenen Vertrauten kündigt er in Briefen die Freundschaft, darunter auch einem ehemaligen Studenten aus Cambridge, Charles Montague. Der ist in großer Sorge um Newton und will ihm helfen. Dank seiner Fürsprache wird Newton nach überstandener Krankheit 1699 zum englischen Münzmeister ernannt. Eine hoch angesehene Position. Mit der damit verbundenen Übersiedlung nach London ändert sich zwangsläufig auch Newtons Lebensweise. Im weltläufigen Großstadtleben Londons wird der bislang so verschlossene und gefühlsarm wirkende Mann zunehmend offener. Newton wird mit Ehrungen und Titeln überhäuft. Seine Kollegen wählen ihn zum Präsidenten der Royal Society, ein Amt, das er bis zu seinem Tode innehaben wird. Er fördert gezielt junge Wissenschaftler, die ihre Dankbarkeit ihm gegenüber in teils recht bedeutenden Schriften zum Ausdruck bringen und auf diese Weise ihren Teil zum Entstehen eines regelrechten Newton-Kults beitragen. 1705 erhält er von Königin Anne den Ritterschlag. Der zerstreute Professor ist nun Sir Isaac. Während seiner Londoner Zeit provoziert Newton einen weiteren Prioritätsstreit. Und zwar mit dem deutschen Mathematiker und Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz. Dieses Mal geht es darum, wer die Erfindung der Infinitesimalrechnung für sich beanspruchen kann, die ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Natur- und Ingenieurswissenschaften darstellt. Heute weiß man, dass beide dieses Teilgebiet der Mathematik unabhängig voneinander entwickelt haben. Damals beschuldigt Newton Leibniz des Plagiats. Zehn Jahre dauert der Streit und endet erst mit dem Tod des Deutschen, mit der Folge, dass das Verhältnis zwischen englischen und kontinentalen Mathematikern jahrzehntelang belastet ist. Im hohen Alter beschäftigt sich Newton vornehmlich mit Fragen der Mythologie und Theologie. Selbst in seinen letzten Stunden redigiert er weiter seine Manuskripte. Am 31. März des Jahres 1727 stirbt Newton friedlich im Alter von 84 Jahren. Als er in Westminster Abbey beigesetzt wird, rechnen es sich die edlen Lords zur Ehre an, die Enden seiner Sargdecke tragen zu dürfen. Die Verzierungen des Epitaphs zeigen die ganze Spannweite von Newtons Wirken. Drei Putten spielen mit Prisma, Spiegelteleskop und Waage, drei andere sind am Schmelzofen und mit Münzen beschäftigt. Selten ist ein Genius bereits zu Lebzeiten so gepriesen und verehrt worden wie Newton. Das ist umso bemerkenswerter, als seine Zeitgenossen nicht wissen konnten, dass Newtons physikalische Gesetze bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts unangefochtener Stand der Wissenschaft waren und erst die einsteinische Relativitätstheorie neue Aspekte hinzufügte. Newton selbst gab sich bescheiden. Ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheinen mag, sagte er einmal über seine wissenschaftlichen Leistungen, aber mir selbst komme ich nur vor wie ein Junge, der am Strand spielt und sich damit vergnügt ab und an ein noch glatteres Kieselsteinchen oder eine noch schönere Muschel als gewöhnlich zu finden, während das große Meer der Wahrheit gänzlich unerforscht vor ihm liegt. Nicht weit entfernten Cambridge wird geschlossen. Die Studenten, darunter der 23 Jahre alte Isaac Newton, müssen die Hochschule verlassen. Newton zieht sich daraufhin auf das elterliche Landgut in Woolthorpe zurück und widmet sich dort weiter seinen Studien der Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie. Oft zieht es ihn dabei ins Freie. Als er wieder einmal grübelnd unter einem Apfelbaum sitzt, fällt ihm ein Apfel auf den Kopf. Da kommt Newton ein Geistesblitz. Die selbe Schwerkraft, die das Obst vom Baum fallen lässt, zwingt auch den Mond in seine Bahn um die Erde. Voller Eifer macht er sich daran, den Einfluss der Schwerkraft oder Gravitation auf den Lauf der Planeten mathematisch zu beweisen. Dass sich die Begebenheit mit dem Apfel tatsächlich so zugetragen hat, ist eher unwahrscheinlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Newton in den beiden Jahren, als die Universität geschlossen ist, eine Vielzahl bahnbrechender Ideen in den Sinn kommen. In einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne entstehen die Grundkonzeptionen für seine späteren wissenschaftlichen Leistungen auf so verschiedenartigen Feldern wie der Mathematik, der Optik oder der Astronomie. Wissenschaftshistoriker sprechen später voller Anerkennung vom Annus Mirabilis, dem Wunderjahr des Isaac Newton. Und von ihm selbst als einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Am Weihnachtstag des Jahres 1642 erblickt Isaac Newton in dem kleinen Ort Wulthorpe in Lincolnshire das Licht der Welt. Der Säugling ist klein und schwächlich, ein Siebenmonatskind, wie man damals sagt. Der Vater, ein Landwirt, ist bereits vor Newtons Geburt verstorben. Seine Mutter, Hannah, heiratet bald wieder und zieht fort aus Wulthorpe zu ihrem zweiten Mann, der kleine Isaac bleibt bei der Großmutter zurück. Erst als Newton 16 Jahre alt ist, holt ihn die Mutter auf das väterliche Landgut. Dorthin war sie nach dem Tod ihres zweiten Mannes mit den Kindern aus dieser Ehe zurückgekehrt. Ihre Hoffnung, dass aus Isaac ein Landwirt werden möge, so wie sein Vater einer war, erfüllt sich nicht. Newton zeigt keinerlei Interesse am Bauern-Dasein. Er besucht die Grundschule im nahegelegenen Grantham und seine Leistungen stechen dem Direktor so ins Auge, dass er darauf drängt, ihm eine Universitätsausbildung zu ermöglichen. In seinem Onkel, William Iscuff, der selbst in Cambridge studiert hatte, findet Newton tatkräftigen Rückhalt in der Familie. Am 5. Juni 1661, da ist er 18 Jahre alt, immatrikuliert er sich am Trinity College in Cambridge, dem berühmtesten College an der berühmtesten Universität Englands. Der junge Newton tritt ein in eine akademische Welt, die nach außen eine fast schon klösterliche Abgeschiedenheit pflegt und zugleich von einem starken inneren Zusammenhalt geprägt ist. Die Studenten wohnen zusammen mit den unverheirateten Professoren, den Fellows, direkt am Campus. Gemeinsame Studien, Mahlzeiten und Aktivitäten bestimmen den Alltag. Newtons wichtigster Lehrer in Cambridge ist der Mathematikprofessor Isaac Barrow. Dieser bemerkenswerte Gelehrte, der nicht nur in der Mathematik, sondern auch als Theologe und Philologe einen großen Namen hat, erkennt Newtons einmalige naturwissenschaftliche Begabung und fördert diese nach Kräften. So befasst sich der junge Student bald intensiv mit den Schriften von Johannes Kepler, René Descartes oder Galileo Galilei. 1665 erreicht Newton einen ersten akademischen Abschluss, den Bachelor of Arts. Während der folgenden Pestjahre führt er, wie schon gesagt, seine Studien eigenständig weiter. In jenen Tagen stand ich in der Blüte meines Entdeckungsalters und beschäftigte mich mehr als irgendwann mit Mathematik und Philosophie, äußert er sich später zu dieser Lebensphase. Zu Newtons Zeiten hat sich unter Wissenschaftlern längst die Ansicht durchgesetzt, dass die Planeten und die Erde als einer davon um die Sonne kreisen. Der deutsche Astronom Johannes Kepler hat zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Bewegung der Himmelskörper genauer erforscht. In den nach ihm benannten Keplerschen Gesetzen beschreibt er die elliptische Form der Planetenbahnen, die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen und die Zeit, die sie für einen Lauf um die Sonne brauchen. Doch welche Kräfte zwingen die Planeten in ihre Bahnen um die Sonne? Diese Frage bleibt weiter ungelöst. Er hat ein Glas Sherry getrunken. Er entspannt sich bei Jagd oder bei Musik. Bei der Hochzeit seiner Tochter erlaubt er sogar das Tanzen. Angesichts der großen militärischen und politischen Herausforderungen ist Cromwell längst zum Pragmatiker geworden. Nicht sein religiöser Eifer leitet ihn nunmehr, sondern allein der Wunsch, dem Land Stabilität zurückzugeben. Dies erklärt auch, wieso Cromwell trotz seiner puritanischen Überzeugungen in Religionsfragen eine überraschend tolerante Politik verfolgt. Sogar für die Katholiken verbessert sich die Situation wieder. Doch seine Versuche, eine funktionierende Verfassung zu installieren, werden scheitern. England driftet seit der Hinrichtung des Königs unaufhaltsam in Richtung einer autoritären Militärherrschaft. Alle Macht liegt bei Cromwell, dem Oberbefehlshaber der Armee. 1653 hat das lange Parlament zuletzt vor 13 Jahren gewählt, jegliche Legitimation eingebüßt. Alle Abgeordneten, denen Sympathien für den König nachgesagt wurden, sind längst vertrieben und durch Sektierer oder Offiziere ersetzt. Als sich die Abgeordneten Cromwells Wunsch nach Auflösung widersetzen, ist es diesmal er, der sie mit Waffengewalt nach Hause schickt. Ich werde eurem Geschwätz ein Ende machen. Ihr seid kein Parlament. In Gottes Namen hebt euch hinweg. Das nächste Parlament besteht aus 155 ausgewählten Ehrenmännern, in der Mehrheit überzeugte Puritaner. Sie erweisen sich als reformwütige Eiferer und erlassen in kaum fünf Monaten 26 Gesetze, von denen jedes einzelne ein halbes Jahr Beratungszeit benötigt hätte. Cromwell sieht in ihnen einen wild gewordenen Haufen gefährlicher Narren und zwingt das sogenannte Parlament der Heiligen ebenfalls zur Auflösung. Nun ergreifen die Armeeführer die Initiative und verkünden ein Instrument der Regierung, das die oberste Gewalt im Staate einem Lord Protektor überträgt, der zusammen mit einem Staatsrat Gesetze erlassen kann. Ein alle drei Jahre gewähltes Parlament sollte diese dann billigen. Am 15. Dezember 1653 übernimmt Oliver Cromwell das Amt des Lord Protektors auf Lebenszeit. Er ist nun ein König ohne Krone. Als ein neu gewähltes Parlament ihm diese 1657 anträgt, lehnt er sie nach mehrwöchiger Bedenkzeit ab. Ich könnte es bestenfalls mit Zweifeln im Herzen tun. Und was mit Zweifeln getan wird, das wird nicht im Glauben getan. Cromwells Gesundheit ist seit dem Irland-Feldzug angeschlagen. Im August 1658 erkrankt er auch noch dazu an Malaria. Sein Zustand verschlechtert sich rapide. Er stirbt am 3. September. Sein Sohn Richard, den er kurz vor seinem Tode zu seinem Nachfolger bestimmt hat, wird das Amt des Lord Protektors nach wenigen Monaten freiwillig abgeben. 1660, als der Sohn des von Cromwell hingerichteten Karl I. den englischen Thron besteigt, ist die Monarchie schließlich wiederhergestellt. Umgehend lässt der neue König, Karl II., den einbalsamierten Leichnam Cromwells aus Westminster Abbey entfernen, dessen Kopf auf eine Stange spießen und auf dem Dach von Westminster Hall zur Schau stellen. Als was ist Cromwell in Erinnerung geblieben? Als glühender Verfechter des Puritanismus? Schließlich trug er dazu bei, die puritanische Geisteshaltung zu fördern. Ein Einfluss, der in Großbritannien, vor allem aber in den USA bis heute anhält. Als machtbesessener Diktator, der nur niedergerissen, aber nicht aufgebaut hat? Nun, ein Demokrat im modernen Sinne war er sicher nicht, aber ein Tyrann im klassischen Sinne? Wohl kaum. Cromwells größtes Verdienst dürfte gewesen sein, dass dank seiner militärischen Tatkraft die Krone in England nie eine solche absolutistische Machtfülle entfalten konnte, wie dies zur selben Zeit in fast allen europäischen Staaten der Fall war. Cromwell machte den Weg frei für die Errichtung einer konstitutionellen parlamentarischen Monarchie, die England seit mehr als drei Jahrhunderten eine erstaunliche politische Stabilität verleiht, bis auf den heutigen Tag. Isaac Newton, 1642 bis 1727. Im Herbst des Jahres 1665 bricht in London eine Pestepidemie aus. Das öffentliche Leben kommt zum Stillstand. Auch die Universität im Nichts. Oliver Cromwell, 1599 bis 1658. An einem kalten Januartag des Jahres 1649 haben sich die Bürger Londons vor Whitehall versammelt. Das Schafott steht bereit. Ein letztes Mal wetzt der Scharfrichter die Klinge seines Schwertes. Der englische König Karl I. versucht, Haltung zu bewahren. Drei Tage zuvor hat ihn ein vom Parlament eingesetztes Tribunal zum Tode verurteilt. Es sah den Vorwurf der Tyrannei als erwiesen an. Da setzt der Scharfrichter zum Hieb an und vollstreckt das Urteil des Volkes. Der Bürgerkrieg zwischen König und Parlament ist entschieden. Alle Macht liegt nun bei dem Mann, der die Truppen des Parlaments zum Sieg geführt hat. Oliver Cromwell Die Monarchie ist abgeschafft. England soll fortan Republik sein. Die Realität, so zeigt sich, wird anders aussehen. Cromwell regiert bis zu seinem Tode im Jahre 1658 das Land mit eiserner Hand, ausgestattet mit dem Titel eines Lord Protektors. Die einen sehen in ihm einen machtbesessenen Militärdiktator, andere aber einen Patrioten, der nach dem Bürgerkrieg England Stabilität zurückgibt. und den Weg freimacht für politische Reformen und religiöse Toleranz. Oliver Cromwell wird 1599 in eine Familie von Landbesitzern aus Huntingdon im Osten Englands hineingeboren. Er wird der einzige Sohn von Richard Cromwell und seiner Frau Elizabeth bleiben. Die Familie zählt zum niederen Landadel und hat es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Der Vater nimmt rege am lokalen politischen Geschehen teil und gehört für kurze Zeit sogar einmal dem englischen Parlament an. Die Ausbildung Oliver Cromwells spiegelt die protestantische Gesinnung der Familie wieder. Nach seiner Schullaufbahn besucht er die Universität in Cambridge, genauer gesagt das dortige Sydney Sussex College, wo er erstmals auch mit dem Puritanismus in Berührung kommt. Der junge Landadelige tut sich nicht als besonders fleißiger Student hervor. Eher interessiert er sich für Aktivitäten im Freien, seien es der Sport oder die Jagd. Als sein Vater 1617 überraschend stirbt, verlässt er die Universität bereits nach einem Jahr wieder und übernimmt die Bewirtschaftung des elterlichen Landguts. Cromwell ist da gerade 18 Jahre alt. Zwei Jahre später heiratet er Elizabeth Boucher, die Tochter eines Kaufmanns aus London, die ihm insgesamt neun Kinder schenken wird. Cromwell ist von Haus aus Protestant, aber kein Puritaner. Die Protestanten lehnen zwar das Papsttum der katholischen Kirche ab, in ihrer anglikanischen Kirche kennen sie aber nach wie vor das Amt des Bischofs oder des Pastors. Die Puritaner sind im Gegensatz hierzu wahrhaft radikal. Sie suchen das direkte Verhältnis zu Gott, pur und unverfälscht. Kein Klerus, kein Ritus soll zwischen dem Einzelnen und dem Allmächtigen stehen. Doch der Weg zu Gott ist für die frühen Puritaner steinig. Das Gefühl, ein großer Sünder zu sein, stürzt sie in eine Art heilige Verzweiflung, an deren Ende ein Akt der Bekehrung steht. Es ist dies der Moment, in dem der Einzelne von der Gewissheit erfüllt wird, zu den Auserwählten Gottes zu zählen. Als Cromwell seine Erleuchtung erlebt, ist er bereits 28 Jahre alt, seit acht Jahren verheiratet und mehrfacher Vater. Wahrhaftig, so schreibt er später, »Keine armselige Kreatur hat größere Ursache für Gottes Sache einzutreten als ich. Geheiligt sei sein Name dafür, dass er in ein so dunkles Herz wie das meine geleuchtet hat. Ich war der größte aller Sünder. Ich hasste die Gottseligkeit, und doch hatte Gott Erbarmen mit mir.« 1628. Im Jahr seiner Bekehrung wird Cromwell als Abgeordneter für Huntington ins englische Parlament gewählt. Sein erster Antrag im Parlament ist religiöser Natur. Er klagt einen anglikanischen Bischof an, der seiner Meinung nach zu milde mit einem verachtenswerten Papistenprediger verfahren sei. Viel Eindruck scheint Cromwell nicht hinterlassen zu haben. Es ist die Rede davon, er sei schlecht gekleidet gewesen und hätte sich nicht gerade durch Beretsamkeit ausgezeichnet. Wie kommt es nun dazu, dass dieser einfache Landadelige, der höchstens durch seinen religiösen Eifer auffällt, der Geschichte Englands eine solche Wendung geben wird? Cromwell wächst in einer Zeit auf, in der die absolute Herrschaft des Königs zunehmend infrage gestellt wird. Noch ist das Parlament in der schwächeren Position. Doch eines gilt bereits im Grundsatz. Keine Steuern, kein Geld für öffentliche Zwecke ohne seine Zustimmung. Als Karl I. im Jahre 1625 den englischen Thron besteigt, lässt er von Anfang an jegliches Geschick im Umgang mit dem Parlament missen. Er ist überzeugt davon, dass er die Abgeordneten nicht braucht und lässt ihnen hochmütig ausrichten, es hängt von meinem Willen ab, das Parlament einzuberufen oder aufzulösen. Je nach dem Erfolg der Arbeit des Parlaments werde ich deren Fortsetzung zustimmen oder nicht. Diese Worte sind nicht als Drohung anzusehen, denn ich drohe niemals jenen, die mir nicht ebenbürtig sind. Die Quittung für diese arrogante Haltung erhält Karl I. umgehend. England befindet sich in einem kostspieligen Krieg mit Spanien. Der König braucht dringend Geld und ruft deshalb das Parlament zusammen. Dieses bewilligt zwar die Erhebung von Steuern und Zöllen für den Krieg, doch anstatt wie unter Karls Vorgänger pauschal für die ganze Regierungszeit, diesmal nur für ein Jahr. Nachdem sich das Parlament mehrfach seinen Wünschen widersetzt, verzichtet Karl über einen Zeitraum von elf Jahren gänzlich darauf, die Abgeordneten zusammenzurufen. Von 1629 bis 1640 regiert Karl I. als Alleinherrscher. Oliver Cromwell hält sich in jenen Jahren von politischen Themen fern. Als Landbesitzer von bescheidenem Wohlstand leidet er selbst unter der Abgabenlast, die unter Karl I. immer drückender wird. Doch ist es mehr noch die Religion, die ihn in die Opposition zum König treibt. In jenen Jahren toben heftige Debatten über die protestantische Identität zwischen königstreuen Anführern der anglikanischen Staatskirche auf der einen und Sektierern wie den Puritanern auf der anderen Seite. Allerdings, wenn diese Radikalen die Abschaffung des Bischoftums fordern, war dann nicht der nächste logische Schritt die Abschaffung des gottesgnädigen Königtums, fragt sich Karl. Schließlich ist der König zugleich Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Als in Schottland Kämpfer ausbrechen, braucht Karl Geld für den Aufbau eines Heeres. Er sieht keinen anderen Ausweg als das Parlament einzuberufen. Auch Cromwell ist wieder dabei, nunmehr ein erklärter Gegner des Königs. Er unterstützt die zentralen Forderungen der Reformer, allen voran den Triennial Act. Dieses Gesetz schreibt fest, dass der König das Parlament zumindest alle drei Jahre einberufen muss und es ohne seine Zustimmung nicht mehr auflösen kann. Notgedrungen stimmt Karl zu. Denn inzwischen ist auch in Irland ein Aufstand im Gange. Das Parlament ist zwar bereit, die notwendigen Gelder für die Aufstellung einer Armee zu bewilligen, doch eine Frage bleibt ungeklärt. Wer soll die Kontrolle über dieses Heer haben? König oder Parlament? Um Karl I. unter Druck zu setzen, präsentiert im November 1641 John Pym, ein alter politischer Haudegen, der zu jener Zeit die Opposition anführt, eine Liste von mehr als 200 Forderungen an den König. Die sogenannte große Remonstrance listet auch allerhand Verfehlungen Karls auf und enthält wichtige Forderungen der Puritaner nach einer Einschränkung der Macht der Bischöfe. Das Establishment im Parlament ist entsetzt. Die Remonstrance passiert das Unterhaus am Ende denkbar knapp, mit nur elf Stimmen Vorsprung. Cromwell erzählt später, wenn die große Remonstrance abgelehnt worden wäre, bei Gott, ich hätte am nächsten Morgen alles verkauft, was ich besitze, und hätte England nie wieder gesehen. Karl empfindet die Remonstrance, die so viele Rechte von ihm auf das Parlament zu verlagern, trachtet als Provokation. Mit 400 Bewaffneten erscheint der König daraufhin selbst im Unterhaus. Ein unerhörtes Vorgehen. Der Versuch, fünf führende Abgeordnete wegen Hochverrats festzunehmen, scheitert, da die Betreffenden längst aus dem Gebäude geschleust wurden. Die Situation eskaliert. Der König verlässt mit ihm ergebenen Abgeordneten London und beginnt, Truppen auszuheben. Das verbliebene Rumpfparlament beschließt gleichfalls den Aufbau eines Heeres. Der Bürgerkrieg ist nicht mehr aufzuhalten. Damit ist die Stunde des Oliver Cromwell gekommen. Schnell zeigt sich, dass er ein Mann der Tat ist, ausgestattet mit Führungsqualitäten und Organisationstalent. In seiner Heimat Huntingdon baut er ein Kavallerie-Regiment auf. Seht darauf, dass ihr glaubensstarke Männer in die Truppe bekommt, befiehlt er. In den im Oktober 1642 auflammenden Kämpfen mit der königlichen Armee erwerben Cromwells gepanzerte Kavalleristen bald einen hervorragenden Ruf. Voller Respekt sprechen Freund und Feind über die Disziplin und Tapferkeit seiner Old Irons Sights. Cromwell selbst steigt zu einem der wichtigsten Offiziere auf. Dank der Unterstützung schottischer Truppen gelingt 1644 bei Marston Moore ein erster Sieg über das königliche Heer. Doch Cromwell weiß, dass das Parlamentsheer die Armee Karls des Ersten ohne eine radikale Umorganisation nicht entscheidend schlagen kann. Er setzt schließlich durch, eine Armee neuen Zuschnitts aufbauen zu dürfen, die New Model Army. Offiziere sollen künftig nach Leistung ausgewählt werden, die Bezahlung der Truppen direkt durch das Parlament sichergestellt sein. Unter dem Kommando von Sir Thomas Fairfax und Cromwell selbst lassen die Erfolge nicht lange auf sich warten. 1645 erleidet die königliche Armee in Naseby eine vernichtende Niederlage. Im Jahr darauf sind auch die letzten royalistischen Widerstandsnester beseitigt. Der Bürgerkrieg scheint entschieden. Die Parlamentsmehrheit sieht keine Notwendigkeit mehr für den Unterhalt einer Armee und beschließt, das Heer umgehend aufzulösen und die Soldaten ohne nennenswerte Entschädigung nach Hause zu schicken. Cromwell ist entsetzt. Zum einen wegen der als Undankbarkeit empfundenen Knauserigkeit der Parlamentarier. Zum anderen sieht er durchaus die Gefahr, dass Karl I. die Schotten auf seine Seite ziehen und die Ordnung von Neuem gefährden könnte. Cromwell widersetzt sich der Auflösung der Armee. In der Folge entwickeln seine Truppen alsbald ein Eigenleben, das auch er nicht immer unter Kontrolle halten kann. Einige seiner Offiziere setzen Karl I. fest und bringen ihn nach London. Gleichzeitig bilden die Soldaten eine Art Militärparlament, das weitreichende Forderungen stellt, wie zum Beispiel die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Für den Landbesitzer Cromwell eine ungeheuerliche Forderung, dass auch Männer, die kein anderes Interesse auf Erden haben als zu atmen, eine Stimme haben sollen. Für ihn ist das pure Anarchie. Im Verlauf des Jahres 1647 versucht Cromwell, die widerstrebenden Interessen von Parlamentarmee und Krone zusammenzubringen. Kurzzeitig scheint die Einigung über eine neue Verfassung zum Greifen nah. Doch da flieht Karl I. aus seinem Londoner Haus Arrest auf die Insel White. In einem Geheimvertrag hat er sich inzwischen die Unterstützung des schottischen Heeres gesichert. Ein zweiter Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Cromwell greift nun durch. Er verbannt alle Abgeordneten, die zur Glaubensrichtung der Presbyterianer zählen, wegen ihrer Sympathien für die Schotten aus dem Parlament. Als die royalistische Rebellion in England und Wales losbricht, bevor sich die schottischen Truppen in Marsch gesetzt haben, ist das Schicksal König Karls besiegelt. Nach kurzer Zeit ist er besiegt und wird erneut gefangen genommen. Cromwells Soldaten fordern den Tod des Königs. Dieser zögert zunächst, stimmt dann aber der Einrichtung eines 135-köpfigen Tribunals zu, das Karl schließlich zum Tode verurteilt und hinrichten lässt. Am 19. Mai 1649 erklärt Cromwell England zum Commonwealth, zur Republik. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. In Irland verbünden sich Katholiken mit royalistischen Protestanten und proben den Aufstand. Mit 12.000 Mann landet Cromwell in Dublin und geht mit aller Härte vor. Über die Eroberung von Droida, nahe der irischen Hauptstadt, sagt Cromwell selbst, nachdem wir einmarschiert waren, gewährten wir kein Pardon. Ich glaube, keine 30 sind mit dem Leben davon gekommen. Ich bin überzeugt, dies war das gerechte Gottesurteil über die barbarischen Wilden. Diese Worte mögen Cromwell als fanatischen Gotteskrieger erscheinen lassen. Doch der Eindruck trügt. Er war von Natur aus weder grausam noch intolerant. Um seine Soldaten kümmerte er sich vorbildlich. Und auch abweichlerische Offiziere bestrafte er vergleichsweise milde. Im Privaten verhält sich Cromwell nicht so lustfeindlich, wie dies den Puritanern gemeinhin nachgesagt wird. Zeitzeugen berichten, er habe durchaus Tabak geraucht und auch einmal...